Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Wir haben in dem letzten Stream, beziehungsweise im letzten Video auch für euch, den Kampf mit Catherick Thorn gemacht, sehr viel Rollenspiel und ich hatte leider keine Zeit mehr hier noch alles durchzumachen. Sie ist am Eislaufen. Achso, weil sie voll sauer war wegen dem Typen. Ha, nice. Liegt dadurch Damage. Und jedenfalls sind wir, glaube ich, jetzt hier an einem Punkt, wo wir sehr viel Rollenspiel machen werden. Ich glaube, sie kriegt euch nicht Damage. Ähm. Genau. Jetzt die Frage. Sind die alle hier? Kölak? Wer ist auch hier? Flammende Faust? Ich wollte gerade sagen, ist der Schmied auch hier? Ich will gerade sagen, ist der Schmied auch hier? Ich glaube, wir können erstmal mit allen Leuten reden. Vielleicht mit Isabel. Warum hat die eigentlich Damage? Ich brauche eine kurze Worte. Wir haben noch was zu tun. Du wirst noch schmerzen? Außer alles. Aelin! Ist es... Das sind Schwestern oder was? Mein Lieber. Du bist tot. Ich sah dein Körper. Ich bin hier. Und... Und so bist du. Und mein Vater... Ja, oder auch nicht, Katz. Ja, oder auch nicht, Katz. Der Schmied wurde von dem Gott der Tod. Seine Krankheit verbringte ihn. Ist nicht ganz klar, warum sie so aussieht, wie sie aussieht. Er hat dich zurückgebracht. Bist du alles richtig? Ich werde sein. Und du? In diesem Moment... Ich will nichts. Hm. Ich bin nicht ganz klar, warum der Vater so... Ach, da bist du. Das ist Aelin. Ja, wir kennen uns schon. Aelin, das ist... Ben. Oh! Aber wir haben uns getroffen. Das ist der Soldat, der mich... ...valiantlich von der Shadowfell. Sie sahen, dass meine Brücke... ...kraschten die sehr Blöden der Verletzung... ... und kämen gut gegen deinen verändernden Vater. Kann er endlich in Frieden bleiben. Alles klar. Ich habe mehr zu dir, als ich wusste. Und wir haben viel zu diskutieren. Vielleicht können wir dich in deinem Camp später... Klar. Ja, klar. Ja. War auch unig. Stimmt, da war noch was. Sie sollten sie ja töten... ... und wir haben sie gelassen. Wir müssen Sackern in einander's Körper und Worte nehmen. Aelin! Wir sehen uns später. Wir müssen erstmal rumvögeln gehen. Tschüss. Geil. So. Was ist hier, Meisterin? Tally? Du hast, glaube ich, nichts Neues. Ja, okay. Das ist nur Handel. Nee. Die Wärterin... Was geht denn bei euch? Good luck. Als Duke Elton die Flammende Fist formte... ... sah er Leute von... ... und Honour, um ihre Räume zu erfüllen. Du hast Daniel gescheitert... ... und gescheitert den Kurs... ... und einen Immortal zu töten. Es ist sicher, zu sagen... ... du hättest in die Flammende Fist. Ich bin mit Geschichten über Herzog Elton aufgewachsen. Ich möchte wissen, wie er war. Schon den Herzog haben wir nicht gefunden. Ähm... Wo ist der Herzog? Ach nein, der Herzog wurde getötet. Der Herzog wurde getötet, wo wir ankamen. Der wurde auch weggeportet. Flimpe. Aber... Flammende Faust steht noch aus, ne? Auch unmoralisch, ne? Vielleicht... Ich weiß nicht, was dieser Duke Ravengaard ist. Aber ich habe den Respekt, den er in der Flammende Fist inspiriert. Und das sagt mir alles, was ich brauche, über ihn als Lieder. Ich hoffe, du kannst den Duke Ravengaard schützen. Für die gute Flammende Fist. Ich könnte eine Flammende Faust an meiner Seite gebrauchen. Ah, warum nicht? Danke. Aber schau an mich. Ich bin ein Relikt. Eine Glimpse der Geschichte, die nicht so stark genug zu stehen, auf seinen eigenen zwei Fuß. Außerdem... ...Thaniel sollte jemanden hier haben, wenn er wachst. Das ist das Leiste, was ich kann. Hm. Nein, Thany. Thany war doch... Ja, auch in unserem Lager, oder? Bin ich doof? Ähm, wenn wir gehen, würde es ziemlich verlassen sein. Kommt ihr zurecht. Du musst nicht über mich beschäftigen. Die Wahrheit ist... ... der Schädenfall... ... hat etwas in mir zerbrochen. Oh, shit. Ich weiß nicht, wie lange ich habe. Er hat Krebs. Fuck. Weil von dir... ...Thaniel ist sicher. Weil von dir... ... ich könnte ihm helfen, als er mir helpt. Also... ... danke dir, mein Freund. Und weiß, dass ich keine Erinnerungen habe. Mein Mann lebt in der Lower City. Wenn diese Freak sie verletzen, werde ich sie innen rausziehen. Okay, ähm... ... Hafnerin, Hafnerin... ... ich kann mir vorstellen, dass du durch diese Hand gewandelt hast, aber dank uns ist es... ... ist es vernichtet. Ähm... ... Jahira. Hallo. Unsere Feindler verbreiten wie Rabrot. Tritt ein Blatt... ... und zwei mehr Blumen in ihren Platz. Ein älteres Gehirn, ... verbunden durch die losten Nethery's Magie... ... mit den Servanten der Toten, die die Kette hält. Ha! Das erinnert mich an alten Zeiten. Extensiviert. Mindflayer auch. Ich habe nie träumt, dass die Gäste und die Illithiden in Konzert gesehen haben. Es ist nicht zu tun. Das ist ein weiterer Begriff. Wir haben einen Mann getötet, der nicht sterben konnte... ... und die Absoluts-Armee von ihrem General entfernt. Du hast eine Netherstone... ... und du bist auf der Sitzung von Tumor. Diese Gehirn haben Grund, um dich zu feiern. Und... ... ich würde gerne, zu deinem Seite zu sein, wenn du sie konfrontieren kannst. ... und du bist auf der Sitzung von Tumor. ... und du bist auf der Sitzung von Tumor. Natürlich. ... und du bist auf der Sitzung von Tumor. ... und du bist auf der Sitzung von Tumor. Die Dänzungs-Achse. Wir haben gerne mit ihnen zu checken, bevor wir die Stadt reinkommen. An der Würmenbrücke. An der Würmenbrücke. Ihr Weg ist zweit zu setzen. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie es die Orte zu nehmen ist. So gut, als gib ihnen. Wir lassen das Herz des Absolutes alive. Dankeschön zu dir. Du hast gut gemacht, um Ketheric zu verdienen. Aber Ketheric war nur der erste. Warum reden wir jetzt mit ihm? Es gibt viele weitere Battles vor. Und sie werden nicht so einfach gewonnen werden. Du brauchst Mitglieder. Wenn du dein Leben zerstörst. Hä? Wenn sie sterben. Wollen sie nicht sterben. Aber sie müssen nicht sterben. Denn sie würden dich haben. Wenn ich hier rausgehen will. Ich wollte gleich zurückkommen und weiter mit den Reden. Deine Aktionen haben bereits inspiriert. Jahera's Wissen wird dir ein Asset für die Regierung. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das war nicht der Plan. Ich wollte nur noch mal kurz, weil ich noch infernalisches Eisen habe, zu dem Schmied zurückgehen und das auch noch reinbauen lassen. Für Karlach. Das war mein Plan. Dann rede ich halt jetzt doch erstmal mit allen. Dann mache ich kurz die Sachen, die wir gerade geredet haben. Ähm. Und dann ist gut. Dann rede ich mit allen fertig. Und dann versuchen wir das rauszugehen. Das wird ja was triggert. Habe ich halt nicht vermutet. Ich wollte einfach nur noch mal kurz gucken, ob er noch da ist. Und dann die Sachen einbauen lassen, wenn er noch da ist. Bevor ich ihn jetzt bald aufs Tor suchen muss. So. Okay. Ähm. Dann... Ich glaube es reicht mir nicht mit euch reden, oder? Wahrscheinlich schon die gleiche Zwischensequenz, ja. Es ist... Ich habe mehr zu dir dafür, als ich wusste. Aber gerne doch, habe ich dir gesagt. Lager. So. Ihr habt euer Ding. Dann haben wir dich da drüben. Ähm. Sie sind unmoralisch. Ich hoffe, du kannst dich, du Gravengaard zu retten. Ich hoffe, du kannst dich, du Gravengaard zu retten. Ich hoffe, du kannst dich, du Gravengaard zu retten. Ähm. Nathaniel sollte jemanden hier haben, wenn du wachst. So. Da haben wir das besprochen. Dann reden wir noch mal mit Jahira. Mh. Er hat mir einen Toten-Trennen schon zu tun. Wenn wir nach Bouldersgapen kommen. Bouldersgapen. 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 Es gibt noch andere Abläufe zu retten. Es gibt noch ein Tränen-Trennen. Insofern. die dieten haben wir keine seele ich berecht euch zu sehen warum seid ihr hier könnt ihr mir nicht mehr erzählen jen 4 die toten drei zu wissen die waren schon mal also irgendwie am zusammenarbeiten das gefühl ich habe einen gott vor mir stehen andere hirelinge möchte jetzt nicht haben da ist eine flammende faust hallo was eben hier mit ihr kann ich nicht nicht handeln obwohl sie ein händler ich habe morgen nicht wiedergefunden ich habe morgen nicht wiedergefunden ich habe mir etwas begeisterung erwartet ich habe mir einfach Angst vor den Kindern Maul ist noch nicht verloren und sie haben es nicht zu gut genommen ich habe versucht sie zu befreien wir schreiben eine Saison zusammen aber ich denke sie haben mich nur überrascht ähm Annie wird sie wohl kaum ablenken wird sie wohl kaum ablenken ja ich bin aber richtig scheiße drin ich kann gar nicht anbieten mitzumachen weil ich nicht geübt bin glaube ich ja was du dann ne durch kann man glaube ich auch ja sehr dunkel hier mitzumachen der bezäpfle unten in der kolonie befreit ich würde ihn nicht so schnell für tot erklären ich würde er ist seinen eigenen weg gegangen er konnte nicht er konnte mir nicht in die augen schauen und euch allen auch nicht stimmt er wollte nicht er war ein paladin ne er hat seinen alt gebrochen aber ich habe der lebt doch noch irgendwo ich habe ihn doch befreit und er hat dann die anderen da unten rum geführt ich habe mit ihm sogar geredet lang dark below aber light above light at last das ist das haupt theme er bist du hast du noch was zu sagen wir sind schon fertig mit der chance wir haben gewonnen aktuell zumindest so ziemlich du musst auch noch ne flammtolster aus halsehen du würdest einen feinen fest ne danke ja thaniel rest well he's healing very rapidly now that oliver has returned to him oliver and thaniel ich bin froh dass er sich helfen konnte wann wird der flucht nur gebrochen was mit oliver passiert hat thaniel ihn absorbiert jetzt immerhin habt ihr was ihr wolltet kommt mit mir wann wird denn der flucht nur gebrochen ich kann nicht sagen aber wir werden sehen dass es lange dauert bevor dieses Platz hinter uns keine Angst alles ist in der Hand wir können wenn du bereit bist ich muss sagen bei diesen zooms auf die köpfe wenn die reden wenn man einen halb großen charakter so wie ein halbling spielt oder ein gnome wäre es schon irgendwie smart wie kann man ein bisschen mehr von unten auf die köpfe gucken zu lassen dass man auch mehr das gefühl kriegt von unten zu schauen dass man man ist ja nur halb so groß ähm was genau was mit oliver passiert hat thaniel ihn absolviert no more than my right hand can absorb my left oliver is helping thaniel to recover they both lie dormant like trees awaiting spring once the curse is lifted they can stand as one or as a pair whatever they wish i hope they will remain as a pair it will be good for them both to have a friend once i'm gone still i would like to return here someday see thaniel and oliver again in my meditations or perhaps in person if the oak father wills it i hope he does i have but perhaps there is more that i want anyway once the curse is lifted nature can take its course without me okay er bleibt bei uns ich dachte er geht das aus unserer party raus na gut ist es mehr das ihr wollt was meint ihr damit not what who but all in due course ja gut ich bin froh dass ich helfen konnte ich wusste dass ich meine faith in dir ich wusste ich konnte wenn nur wir uns mehr kennengelernt haben ja gut das ist das es ist ist das es ist das äh aber patience ist gebraucht. die natur bewegt sich auf ihrer eigenen pace. und bestellt sich seine bürger, wenn sie fit sieht. gib ihm Zeit. eine rewarder wird dir kommen, wenn du ihn am meisten brauchst. die rewarder wird dir kommen, wenn du ihn am meisten brauchst. ich bin mir nicht ganz sicher. habe ich hier oben noch irgendwie leute übersehen? geht es hier noch weiter? es ging ja hier auf jeden fall noch nach oben. alles ist dunkel. bei mir ist es einfach zu hell, keine ahnung. ich glaube hier oben ist dann nichts mehr wahrscheinlich. hier sind nur die Sachen, die ich schon mir durchgeschaut habe. okay. dann können wir jetzt, glaube ich, erstmal hier rausgehen. das hier spielt ist super cool. aber wo ist mole? ich habe mole nicht mehr wiedergefunden, ne? ich habe auch nicht ganz überall gesucht, hier solche stellen. oder hier so. ich habe nicht überall gesucht, ganz besser am rand diesmal. oder hier. komplett nicht. ich weiß, nach baldos tor ist dort halt viel. hier in dem bereich habe ich, glaube ich, schon ziemlich gut abgedeckt. wenn ich nur hier rüber porten kann oder sowas. hm. wir gehen erstmal raus. nein, nicht die türen zu machen. nein, da läufst du denn hin? äh. äh. was denn jetzt los? wenn ich nur durch die türen geguckt habe oder was? okay. ist nicht gestorben. zumindest bisher. ja. ey, ich habe schon genug verbindet, würde ich sagen. wir haben so viele Leute. wenn wir zu erreichen, brauchen wir immer noch mehr? wie denn noch? wenn jemand übrig ist, wenn wir die stadt erreichen, wenn der stadt noch Verbündeten suchen. ich bin glücklich zu hören, dass. boulders gate kann es noch nicht wissen, aber ihre fate ist verbunden zu uns. sie können in ihren straßen, die, die für die purpose mit unserem eigenen und sie zu uns. ja, versuchen wir. wir werden ein end zu dem absoluten, dem gewähltes. all. ist ja aber, also du würdest inzwischen auch wissen, dass die absolut gar nicht so problematisch ist. aber die mindflayer sind doch schon durch balders gate. das verstehe ich jetzt nicht, warum ich nochmal da hingehen. wenn der kombiniert nicht her. schreck so über den flammen ausweichen bin ich nicht gelootet. die habe ich auch nicht gelootet. habe ich ja geskippt hier? ne, nur die ersten irgendwie geskippt aus gründen. schräg 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 schräg. ähm wir hatten gesagt, wir hatten jetzt hier gerade links was nicht komplett angeguckt. können wir hier links runter gehen. gut ich bin ein vollidiot. komm ich denn hier durch? hüpfen ich bin ein vollidiot. da runter meine ich. oh mein, die fackeln nehme ich hier hin. nix. das könnte sein. hu noch was gefunden. ok gatter gilly feuer damage nehm 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 wir sie unten lang gelaufen. ich glaube hier schon. in dem kram warmer. wahrscheinlich. nicht möglich. gehe ich stark von aus. ähm wir müssen eigentlich weiterhin da unten lang. den sich gleich nochmal verbrennen. die vollpfosten. oder nicht. nicht. so hier unten. da in die rechte bin ich ja nicht gelaufen. schatten wurzsack. ich will schon mal ein paar holz kisten. eh ist aber auch nicht viel. also ein paar holzkisten. seien wir mal ehrlich. jeden bisschen das könnte man da noch hin. aber ich glaube auf der map ist es nicht als spielbar markiert. so wie das aussieht. deswegen glaube ich sind wir da fertig. und wir sollen hier. wir können nochmal gucken wegen dem. was wir ja neu geladen hatten. ob hier noch ein paar leute da sind. das sieht nicht so aus. sie sind alle schon verschwunden glaube ich. hallo. ja alle sind schon weg. ja gut. dann. Moment. hier war ich nie. wait a second. sind hier nie lang gelaufen. nur die fallen entdeckt. glaube ich. griff. das ist ein paar mal. die fallen. okay. Schaufel und eine Lyra Gewebemoos, Gewebemoos Alles noch mit. Ich habe nie hintergelaufen hier wo die gegraben wurden Das ist da wo die hier unten rausgekommen sind Hier gibt es offene Gräber Offene Gräber irritieren mich jetzt ein bisschen Nein, Wahrnehmung fehlgeschlagen Oh Oh Ich will nicht Vergelten regeln zu lassen Mitnehmen Ins Lager sind mitnehmen Ja Da gab es eine flammende Faust weniger I guess Okay Kann ich hier runter klettern? Aber hier ist auch nichts Das ist nur Und hier kam die halt, dass wir hier gefightet haben Und hier gibt es auch noch einen Übergang Wo wir nicht waren Ach du Scheibenkleister Und oft haben wir viel übersehen Äh Wo war denn das jetzt? Öh das war auch von hier Aha der Übergang weiß es Glaube ich. Dass ich den Schmied jetzt gar nicht wieder gefunden habe, ist ein bisschen blöd. Den hätte ich gerne nochmal gehabt. Bevor ich jetzt in den letzten Akt gehe. Ich muss noch ein bisschen clean abmachen. Da. Den Gang bin ich auch nie gegangen. Hier rüber. Und raus. Können wir eine Kerze anmachen. Oh. Uldring. Oh. Eine aufgelendete Truhe. Astarion. Komm schon. Let's go. Dankeschön. Chefchen looted. Halbschattenrüstung. Heimlich. Wenn der Träger verschleiert ist, erhält er einen Bonus auf plus 3 auf Heimlichkeitswürfe. Okay. Ah, ich bin überladen. Ich bin überladen. Da war was. Geben wir das mal Astarion, weil ich glaube, das kann er am besten gebrauchen. Okay. Hier geht's nur noch nach unten. Wannend. Hätte ich hier fast noch was komplett übersehen. Silberglas. 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 Silberner Truppenständer. Will ich das anzünden? Silberglas. Hier bin ich jetzt wieder aus. Okay. Dann gehen wir halt mal da runter, wa? Ja, wo's denn? Und hier gibt's Gegner. Minenlock. Was seid ihr denn? Befieh ich da. Gibt's aber auch noch. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Halt. Das ist der falsche. Ähm. Entschärfen. Plomp. Alle entschärfen. Mit dem Dreifachen, an dem es gebraucht wurden wäre. Losknacken. Mit einer Eins. Ähm. Ja, besser so als... Andersrum. Blitzender Ring. Wenn der Träger Zauberschaden bewirkt, während er von einer Lichtquelle erhellt ist, bewirkt er aus einem zwei Züge langen Leuchtkugel beim Ziel. Betroffen Kreator erhält für jeden verbleibenden Zug minus eins auf Angriffswürfe. Sie sorgt außerdem für helles Licht im Bereich um sie. Aha. Also wie weit wir in der Story hier schon sind, hört sich das nicht mehr so cool an. Welchen... Welchen... Welchen gottverlassenen Keller sind wir denn hier reingestolpert? Schau dir zurück. Hm, Schloss knacken, Astorian. Okay. Ist ja wenig Spannung dabei, deswegen beschleunige ich diese Würfe immer. Wir brauchen doch wieder Licht. Wenn hab ich denn jetzt nicht meine Dunkelsicht eigentlich bekommen? Oh, die, ich pack das Folianten. Vertiefter Pakt, Tod ist ein drinnen. Nicht doof? Ich hab doch beim Level Up letztens meine Nacht, meine Dunkelsicht genommen. Ach nee, ich hab meine Gestaltwandel genommen. Hm. Deswegen. Rauchpulverfass. Wenn das nen Rauchpulverfass ist. Hm. Kaboom, Ruki. Was zu tun? Ich hab' ich fast ins Feuer reingelaufen. Ich muss weiter gehen. Im letzten Licht schlüsselt der Arrestzeller. Hey, geh ich jetzt hier unten ins letzte Licht rein? Könnte theoretisch sein. Was knacken. Man weiss ja nie. Oh, 18, da kann ich so Kommande laufen lassen hier. Ja, bei 11 reicht nicht. Wirklich. Schau. 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 At the ready. So, schlüsselte Arrestzeller. Selune durch die Nacht uns lenkt, ihr dritt Tränen sind die Sternen. Die Schwester bald schon sie verdrängt, doch nachts hält Angst sie von uns fern. Schabe freit von Trauer des Herz, die durch schwarz-dunkle Nacht sie schafft. Verbirgt Geheimnisse und Schmerz und eure Freude, eure Kraft. Silvanus, der Gott der Wildnis, Gott des Zaubers aller Natur. Wagt nicht zu schänden sein Wildnis, bringt Schaden und Kummer euch nur. Ein bisschen leere Beweistruhe. Moment, hier waren wir doch aber mit einer Beweistruhe oder nicht? Vielleicht hätten wir doch den Schlüssel genommen, oder? Bin ich doof. Also, wären wir hier schon gewesen, hätten wir doch den Schlüssel an uns genommen. Glaube ich nämlich nicht, dass wir hier, weil wir haben hier schon alles aufgedeckt. War ich so blind? Das Gefühl war ich schon mal. Überleben fehlgeschlagen, mhm. Moment, ich weiß jetzt, dass ich Spinnennetze wegbrennen kann. Oh, das ist erreichbar. Was ist denn jetzt kaputt? Wollte ich jetzt gar nicht mit dir drüber reden. Dann hüpfen wir halt rein. Holzfass. Oh, Essen. Rauchpulverfass, noch mal Rauchpulverfass. Warte einen Moment. Was ist da drin? Das ist ja Rauchpulverfass. Irgendwie ist hier noch eine Barriere, die ist spieltechnisch verkackt. Licht auf meine Füße. Komm mal da raus kurz. Arion. Was haben wir da drin? Kannst du bitte raus gehen? So, dann rollen wir dich. Ich muss immer mit springen umgehen. Weil sonst quatsch gemacht wird. Und jetzt. Moment, wir werden vielleicht weiter weg stehen. Vielleicht versuchen wir irgendwo hier hinten zu stehen. So maximal weit weg. Und dann Rauchpulverfassbomben wird das mal weg. Wie kannst du heben? Hat funktioniert. Elfen schon mit Holzhode, Armsäglern in Straßen, Armsäglern in Kleidung und Elfen schon mit Holzhode. Okay, jetzt können wir das verbinden alles. Das ist ein spannender Sprung. jetzt geht es ja auch wieder durch ich fühle es braucht keiner dinge mehr kurz den gegnern hier wie ihn lockt und leid ist auf rent und auroder furcht ähm könnte eine chromatische sphäre machen aber die macht halt kaum damage oh nein du bist du da unten das ist eine absolute katastrophe die sprinten halt jetzt ran klar ok die können sich teleporten das heißt wenn sie noch gesprintet sind schattenteleportation aua ne die kreaturen machen wir natürlich mit einem furchtveränz ich kann das gar nicht bei der suche gelingt weiß hat's rettungswurf gelungen oh das ist aber sehr schön hallo da muss ich nicht so weit laufen cool hand damit das ziel möglicherweise hat sie denn eigentlich jetzt cool hand weil sie hat kein umwert warum hat sie denn eine bonusaktion verloren das ist ein problem dadurch kann sie mich auch nicht trinken dass sie eine bonusaktion verloren hat lehmt da wurde er instant geskippt durch shadowheart ich bin ja der gast ganz am ende das ist die schwierigkeiten rettungswurf gelungen so jetzt bräuchte ich eigentlich was was die komplett weg ballert komplett durch komplett ototo ähm ich habe aber noch ne ich habe aber keinen nebelschritt mehr und nein du bist ja kein Mann du kannst ja immer mal vor allem was hat die s*** die 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 Inklusive uns selber. Werde ich jetzt versuchen. Wir sind natürlich fast... Drei habe ich neutralisiert, ja. So, und dann... Schubst du dich noch. Schade. So, Rettungswurf gelungen. Das heißt, du kannst jetzt... Kannst du auch den da... ...mitterhaltig angreifen. Und das darf futtern. Geht's nicht so gut. Das ist Sinn. Ich werde, glaube ich, sterben hier. Entropischen Schutz benutzt. Also, wenn sie nicht reinkommen in den Fighter, dann kommen wir jetzt. So, wir können das wieder machen. Ein Kampfrausch. Ähm... Sie ist los, der Angriff. Sehr schön. Dann brauchst du noch einen Fight. Ein Hit. Dann haben wir den. Dann kommt sie zu uns. Du gehst auf sie. Okay. Sie ist nicht mehr gelähmt, glaube ich. Ja, sie ist nicht mehr gelähmt. Sehr schön. Was? Äußerlichkeiten. Dann bist du vier Mitglieder in der Abenteuerung. Okay. Runden verursachen. Flammenschlag. Uwe 5 zauber. Wir wollen aber eigentlich, glaube ich, den lieber weg machen. Und Tote Verbande. Auch nicht. Güter des Glaubens. Haben wir... Ja. Ich mag ein Schwert. So. Damit wir mehr... ...mehr Power haben. Ähm... Überlebensinstinkt. Brauche ich gar nicht so sehr. Schwein. Nein, das wollte ich nicht. Auch Schwein gehabt. Ähm... Du solltest, glaube ich, mal sterben. Dead. Das war sogar noch schwierig. Wir brauchen einen neuen Zauberplatz. Äh, hier Stufe 5. Danke. Zug beenden. Er ist verängstigt. Hm... Darf nicht im Nachteil sein. Licht. Immobil verängstigt. Dann macht er Licht auf sich selber. Er sagt Licht ist... Immobil verängstigt. Geht es nicht durch. Dann machst du einfach, glaube ich, nix. Der Tropische Schutz ist weg. So, jetzt wirst du auch verängstigt. Ähm... Dann brauchen wir einen rücksichtlosen Angriff, damit wir ihn normal angreifen können. Und noch einen. Nice. Danke. Ähm... Zusätzlich... Hier machen wir noch mal Hilfe drauf. Da vorher machen sollen. So, du bist nett. Ängstigt. Deswegen... Eigentlich... Auf den kommen wir jetzt eh gerade nicht. So gut. Alternativ... Lenkendes Geschoss. Da kommen wir hin. Wir sind dabei. Nice. Gut. Press an. So... Ich habe immer noch relativ viel Leben. Deswegen kann ich auch zerbersten auf dich anwenden. Und... Boom. Oh... Da hätte ein AOE auf dem Boden angezeigt werden sollen. Das wäre gut gewesen. Muss ich mal so sagen. Damit ich nicht den hier halb töte. Mit der Aktion. Ähm... Wenn der sich jetzt absetzt... Kriegt er das. Das heißt, wir müssen eine raffinierte Aktion Rückzug machen. Indem dann hier... In den Rhythm zu stechen. Wir müssen uns ein... Und dann... Aber glaube ich... Okay, jetzt sind sie nicht mehr... Ich bin nicht mehr... Ich bin nicht mehr Gedingenst. Gehen wir auf den nächsten Aber irgendwie macht es das Gift nicht, was ich überzogen habe Merkwürdigerweise Wir fangen auf die andere Seite Ähm Mach ihn Gehen wir mal nicht alle auf mich Gehen wir mal nicht alle auf mich Ach fuck jo Du bist gelähmt, deswegen bedrohst du nicht mehr 2 bis 16, 6 bis 15 Chromatische Kugel Dann wünsche ich auch meine eigenen Oh, loses Gehen Knallt einfach 2 bis 20 Ah ok, das treffen wir wahrscheinlich nicht Und eine normale Attack Immobil verengst Ach du Scheibenkleister Hättern hier Versuchen wir einen rauszunehmen, der mit einem AP überlebt Grip Oh, jetzt wird es richtig problematisch Da kommt das Toxin So, machen wir den auch raus, sehr schön Ähm, wir hüpfen wirklich mal da hin Geben mal meinen Main-Chan ein Eel, bevor der hier komplett verreckt Das ist glaube ich wichtig Göttlicher Schlaggift Ähm Und Wächter Ähm Ich bin noch gelähmt, leider Bis jetzt Okay, das war ein heftiger Kampf, was ich vermutet hatte Geheime Kutte Was? Orion Warum hat ein Mean-Log eine geheime Kutte drin? Das gibt ja gar keinen Sinn Ich weiß nicht mehr, was ein Mean-Log ist, by the way Ich habe es zum ersten Mal gesehen So, haben wir alle angeguckt Ne, da unten ist noch einer Ja Der könnte, der könnte ja das awesomeste, awesome-Item, das awesomeness jetzt haben Wir müssen da runtergucken gehen Ne Okay, jetzt ist die Frage Hier unten gibt es natürlich auch Sachen Feuerwein-Fass Wir brauchen wieder Licht Wenn wir noch eine Hild-Zauber nehmen Wir können hier auch wieder hochklettern Hier so ein Tempel Ist das ein Shard-Templer und ein Theloniten-Templer? Ich glaube ich nicht, das ist der Theloniten-Tempel, oder? Ein Schrein der Thelona Ja Ich hätte das mal auf einmal gefeiert oder versucht, es zu zerstören Ich glaube, das ist der Theloniten-Templer So, das haben wir hier, Halfrids Nachricht Zwischen den Spalten, die Einnahmen und Ausgaben einer Taverne auflistet, steht ein winziger eiliger Handschuh und eine kleine Bemerkung Ich glaube, die heiligen Relikte unserer verehrten Göttin im dunkelsten Eck hier versteckt Morfrit, mein treuer Bruder, will ein Netzwerk von Verbündeten auffahren, als ich gegen die Schreckensherse von Catric Thorn stellt Leider hat die Furcht viele Herzen im Griff, weshalb sie unsere Sachen nicht unterstützen Ich kann es ihnen kaum verübeln, denn auch meine Seele wird von Sorge geplagt Doch ich muss meine Ängste ignorieren und tief in der Steinwitzgelde wieder mit Morfrit zusammentreffen Gemeinsam werden wir uns bemühen, das Licht der Mond mal zu bewahren Hoffentlich werden sich die Banner der Gläubigen weit gegen diesen verräterischen Thorn erheben Schlüssel zum Seiteneingang Silberteller Silberkelch Ausbilder laden, damit Ähm, neu ist da Dann würde ich mal sagen, trägt das Kaul auch erstmal Silberne Fäden, verehrte Selun, unsere Holdemeid Webte unsere Herzen mit silbernen Fäden zusammen Führt uns mit dem Licht des Mondes und benetzt uns mit euren reinen Tränen Schatten verhöhnen uns, erhört unser Gebet Schatten verfolgen uns, erhört unser Gebet Schatten verwunden uns, erhört unser Gebet Selune mit eurem strahlenden Licht Heilt unsere Herzen mit Fäden aus Silber Lehnet unseren Schmerzen mit Morgentau Und wiegt unsere Seelen in sanften Sternenglanz Oh, jetzt müsste ich wieder genug Platz haben Jetzt müsste ich wieder erstmal genug Platz haben, um Sachen zu looten Sonst gibt's hier nix Was ich jetzt sehe Ich glaube ich kann hier vielleicht oben noch irgendwie lang Holzfass, Holzfass Einfach nur ne Hm Machen wir noch die ganzen Henk Äh, da hab ich noch nicht alle Katzen an Ich will alle Katzen an So wegen Licht und so Die hier vorne ist nicht an Das ist ja eine fiese Katze, die hier nicht an ist Und da ist noch nicht ein Noch eine nicht an Und da ist noch eine nicht an Und da ist noch eine nicht Oh, das war Oh, das war Oh, das war Oh, das war Oh, hier ist noch eine Aber die kann ich nicht anklicken Ja Okay, ist halt ein Ein Saloon-Tempel Und ein Fight Gerottete Taschen Braum man tendenziell nicht looten Ha Das war's Ein bisschen enttäuscht Eigentlich bin ich halt am gucken Ob ich Maul irgendwo finde Was ist mal reingekommen Hätt noch direkt hier abbiegen können Moment Ich lass die Tür auf Den war da noch ein anderer auskommt Oder bin ich grad doof Hier gab es doch noch einen Ausgang Gehen wir mal durch die Tür Oh, wo kommt man denn jetzt raus? Gast aus dem letzten Licht Sind wir einfach nie reingegangen Okay Gut Haben wir das auch geklärt Das wird das Haus hier Ich gehe jetzt davon aus Ich hab das meiste gefunden Deswegen gehen wir dann glaube ich Hier in die Richtung Wobei wir gehen wahrscheinlich Erstmal Haben wir eine lange Rast Bevor wir weiterziehen Das wäre das smartere Das wäre das smartere So, ihr wollt mit mir reden Stimmt aber was Hallo Ich habe etwas zu fragen Ich habe etwas zu fragen Was wissen Sie von mir? You spoke of my past Hm 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 Wenn du mich befreit hast, hast du eine Verbindung zwischen mir und dem Hund, Thorne. Eine Verbindung von Schmerzen, die mich auf mich verletzt hat. Als ich die Augen auf dich schenkte, habe ich eine ähnliche Verbindung. Du, mit zwei anderen. Einem Platz entfernt. Lass mich dir helfen, dich zu erinnern. Du fühlst, dass die Kopfschmerzen der Schmerzen an den Ecken von deinem eigenen. Du kennst diese Sensation. Sie will, dich zu sehen, was jetzt zu erinnern wird. Dann... Shadowheart öffne ich mich. Wenn sie will, dass ich das mitkrieg. Ah, das ist das. Der Wolf. Wieder. Oh, so ein süßer Wolf. Knurrt nicht sie an, sondern die hinter ihr, glaube ich. Der Wolf. Oh. Ihr Vater? Androide oder Shapeshifter. Oder Werwolf. Ich hätte keine Angst vor Wölfen. Ich hätte keine Angst vor Wölfen. Ich hätte keine Angst vor der Erinnerung. Ich hätte keine Angst vor der Erinnerung. Was? Wer war dieser Mann? Sie wissen bereits. Sie wissen nicht. Sie sahen sich nicht in ihm. Sie sahen sich nicht in ihm. Sie sahen sich nicht dein eigenes Blut. Dein Vater. Vater. Wurde es nicht ausgesetzt. Das ist ihm. Er lebt immer. Und deine Mutter auch. Nein. Es kann nicht sein. Ich bin ein Orphan. Und wer hat dir das gesagt? Deine Adoptiv-Familie? Du bist nicht zu schmerzen. Du warst jung. Impressionabel. Sie haben dich genommen, weil sie wollten, dich zu brechen und zurückzumachen. Aber du bist ein Kind nicht mehr. Du bist eine Frau. Eine, die weiß, was gemacht wird. Meine Eltern. Ich muss sie retten. Sie müssen sie retten. Oh. Heißt das, ihr glaubt, das hat nichts mit dem Lohn zu tun? Ich helfe euch. Deine Eltern sind mit deinen Abduktoren. Du musst zurückkommen. Aber sie werden bemerkt. Du könntest einmal sie als Begründer, Mentoren, Freunde, sogar Lieber. Sie werden jetzt alle Enemies sein. Du bist bemerkt, was zu kommen. Aber nicht noch verarmt. Der Nachtspiel, ich dachte, er sei ins Schattenfüll geworfen worden. Ja. Ich konnte es retten, bevor es zu weit in den Schaas Umbral Domain schlief. Schaar ist schnell, was sie für nichts hat. Ich denke, dass du das genug kennst. Aber ich fühlte es mich anrufen, als ich Flugzeuge habe. Was die Schaar ihr eigenes nennen, hat Seluna gleiches Anwalt. Sie sind eins und das gleiche. Seine Kraft ist gemütlich und gemütlich. Geh es. Du findest es sinnvoll. Was machst du damit? Was? 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 sie mag ich dich finde ich bisschen zu zu fanatisch auch wenn nun so hat engel bist was ziemlich awesome ist und ziemlich bader ist aber es gibt noch sehr viel was ich nicht über euch war ist der wirklich tochter des saloon 20 radiate with my mother's breitness her glorie würde euch mutter uns im kampf gegen die toten drei beistehen ich habe euch befreit und mutter erbs gefühl die muss ich irgendwann noch mal in die schranken weisen wie seid ihr gefangen genommen wurden katharic thorn father of my one and only love in slaver of dame elin katharic thorn never did trust me even when he worshipped the moon maiden he was threatened by my love isabel by her love for me when she died curse the day the hour we each of us mourned bitterly but katharic's pain could be touched by no aid no boundary he turned to wretched shah the lady of loss for relief and she whispered into his ear poisoning his mind he and his loathsome advisor balthazar lured me into the shadow fell claims they found someone in need of my aid there they trapped me in france und katharic und katharic hat meine immortality und ich kann ja verstehen dass man so eine folter nicht ganz klar im kopf übersteht aber es ist ein bisschen viel wird isabel ich habe versucht ihn rauszusprechen so viel geschehen ihr habt mir offen konnige vieles noch nicht gesagt aber du bist trotzdem noch ein seloniten akkulit wie bist du wiederbelebt ich glaube euch dass sie ehrfürchtig angehimmelt habt das ist glaube ich die diplomatischste variante zu sagen ich glaube nicht ganz dran aber man kann sich schon so vergucken und anhimmeln du bist wie mein Vater aber es war mehr als das es war keine nur Attraktion es war Liebe lucky für mich sie fühlt die gleiche aber mein Vater war skeptisch Eilin ist immortal after all ich verstehe es ist strange es ist ein Imbalanz zwischen uns ich bin sicher aber ich glaube ich liebe Eilin ich liebe Eilin es fühlte sich das gleiche als ich liebe ich liebe mich es war natürlich und 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 ich habe noch nicht Antworten ich sterbe ich bin nicht sicher wie oder warum aber alles war schwarze 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 ich wusste ich war wach ich er war zu Mirkus auserwählten geworden ich wusste nicht das aber ich konnte den Veränder in ihm sehen er sagte mir wir wären jetzt er sagte dass Eilin tot ich konnte nicht sprechen ich konnte nur gehen ich habe letzte Licht in den Schatten ich habe dort geöffnet ich habe gebeten dass mein Vater mich nicht finden nachdem Jahira kam ich hatte nur genug um zu wissen dass ich 100 Jahre tot war dass mein Vater die Grunde der Horrors die das Land das Land mein Haus ich konnte nicht wer ich war ich musste sie sie sich schützen und mich nicht egal was wie bist du zu einer akkoli doch Selun hat es ja vorher schon angebetet aber zu einer Priesterin so richtig verständlich es ist alles in der Öffentlichkeit und mit meinem Vater tot habe ich nichts zu bemerken außer für Eilin sie braucht Heilung und Beobacht ich bin dankbar für deine Hilfe für deine Freundschaft ich hoffe wir werden nicht auf deine Hospitalität zu lange aber ich bin dankbar für ein sicheres Platz zu well nur um zu sein Alia Luxan Er Eilen die ist schwierig die ist schwierig jetzt können wir noch mit allen reden was ihr davon haltet gut ich habe gerade angefangen zu missen deiner Beweis ähm natürlich ich dachte du wärst nie aha rumgeknutscher müssen wir nicht ganz so sie kommt die knie runter habe ich hier nun kurz zu diesem gut stand wait den magischen spiegel wir sind nicht in der öffentlichkeit du spoilerino also okay das ist das dann will ich nichts ändern damit fühle ich mich wohl was sagt nassarien so ist die quester free shadow hans parents und hier war es worried i'd be the only one with a difficult family reunion waiting in the city nach dem überreden gibt es dann immer was wollte wegen kassadors ritual unternehmen diese riesige gotische monstrosität ist die ganze zeit von vampiren bewohnt wurden weg glauben wir sicherer wir sollten uns in der stadt umhören vielleicht hat jemand etwas gehört der preisgab von der todes geheimnis spiel auf ein gefährliches spiel so dass ich das umhören ich schleiche uns also von vampiren sporen zu vampir sporen und fragen die ob sie was gesehen haben oh hallo ja jetzt haben wir jaheira hier und xander ob man irgendwann alle küssen kann wahrscheinlich schon wobei mit schattenherz ist noch nicht mehr passiert ist als zu küssen ich würde nicht mehr in diesem land über lange aber was auch dein business ich werde euch helfen wenn ich kann jetzt könnte ich sagen kommt mit mir streicheln streicheln hallo 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 ich weiß weil ich dachte es geht direkt los aber jetzt sind wir schon eine stunde nicht im kapitel 3 aber ich dachte wir sind gleich im kapitel 3 wir haben ja gestern kathric thorn fertig gemacht jetzt rede ich halt noch mit allen leuten das zieht sich bis zu mir habe ich noch geguckt ob ich noch mal finde aber ich habe mal nicht gefunden kapitel 2 ich wüsste gerne noch etwas zurückbringen sonst geht sie hoch da fällt sie mir von einem verhältnis zu gottasch ich war ein wilder Kind brawling meinen Weg durch die Stadt einer meiner Freundin hatte den Wind ein bisschen Arbeit um zu schützen zu schützen mit viel Anwesen es war einfach einfach Geld also ich ging in für ihn er nahm einen Blick auf mich und sagte ich war perfekt ich mag das nicht so wie das du weißt einfach es fühlte sich als ein guter Fett ich erinnere ihn sicher und er hat mich gut gut genug um mich zu verbrechen in einem besseren Wundern und etwas weg für die Zukunft und meine Zukunft ich ihn ihn respektiert und er hat ihn und er hat ihn zurückgegeben und er hat ihn das Vertrauen und er hat ihn das Respekt sein Leben war in meine Hand und ich das sehr ernst das ganze mit Zauriel passiert so schnell Oh, das ist ein Prototyp. Ja, das macht ihn bei mehreren. Sometimes, ich wünsche, er war nicht... ...evil, evil, Bastard. Uff. Soldier? Okay. Nee, sie in Lage lassen will ich nicht. Moment, wo ist ein Hals hin und so hin? Äh, hier drüben, ne? Da. Ja. Stimmt, und wir müssen noch mit Will reden, weil wir ihn ja befreit haben von seinem... ...also von seinem Pakt, aber vielleicht die ersten sechs Monaten. Ne, Teufel und so. Wir können doch mal noch mit dem Geh reden, hallo Geh. Scheine alle ganz gute Freunde, wenn du Nacht ohne den Stern geöffnet hast. Wollt ihr darüber reden? Ich habe ihn nämlich zurückgewiesen. Ich wollte nicht mit ihm rummachen. Äh, den Rest wird, glaube ich, alles schon irgendwann gefragt. Dann reden wir, wenn man will. Hallo. Gott sei Dank. Mit diesem Parasite in seinem Gehrein, der Vater könnte ungegeltes Havoc in der Absoluts Namen. Hier ist es. Und Schwertküste. Hattest du Geh gestern bei Catholic Mitten? Nope. Ich habe die gleiche Zusammensetzung gehabt. Schattenherz. Carnach. Und Astarion. Warum ist das vieles Batman? Also ich habe vermutet, dass der Interaktionen vorhanden sind, aber... Der Kult der Absoluten hat Ravengad, wo werden sie ihn hinbringen. Worms Rock Fortress. Alle Traveller zu Balders Gate fliegen durch sie. Es serveet als Headquarters für den Flamen Fist und deren Kommander, mein Vater. Die Absoluts Arme sind auf der Marke. Gott verabschiedet, ein Tadpole Grand Duke, die die Garten für sie öffnen. Oh-oh. Oh-oh. Jetzt hast du aber schon geforscht, aber das brauchst du nicht mehr spielen. Das weiß ja, dass da was passiert, Xan. Das ist nicht mehr überraschend. Ah, nee. Oren? Ich habe noch nie gehört von Talov. Aber Gortash weiß ich. Oder weiß ich, oberle zu ist. Juste. Ein selbst-styletzter, für die Straten-Advizzer, zu Balders Gate. Ein Bit-Player, mit Rähen zu einem Rating-Roll-Roll, wie Vater es hat dicho. Er hatte keine use für Gortash. und sogar weniger für seine Angelegenheit. Ich erinnere mich nicht mehr davon. Aber wo diese Erwachsenen beschäftigt sind, habe ich eine Gefahr, dass wir mehr wissen, als wir es möchten. Bei der Long Rest dabei, bei der du mit ihm geredet hast, der Fotoshadow doch selber. Geil? Ja, aber doch erst, wenn wir das Herz der Absoluten haben und wir sind noch nicht auf eine sinnvolle Nähe beim Herz der Absoluten rangekommen. Das Elder Brain ist ja abgehauen, bevor wir nah genug ran waren, so wie ich das verstanden hatte. Es kann natürlich sein, dass die Zwischensequenz komplett anders ist und dann bist du plötzlich nah genug ran, weil ich ran teleportiere und es nicht mehr zu explodieren lässt. Aber, äh, ja. So. Ich würde mein Leben opfern, wenn ich die Bewohner so schützen könnte. Meine Seele würde ich nicht aufgeben, falls ihr darauf anspielt. Ja, also er würde, er hat logischerweise das hier gemacht, ne? Er würde alles machen. Ähm. Wenn eure Heimatstadt belagert werden würde. Meine Seele würde ich nicht aufgeben, was sie darauf anspielt. Es ist. Und ich habe es. Ich war 17. Vater, der älter Ravengaard, hat gerade ein Großvater genannt worden. Er wurde in El-Torel um eine Dispute zu ermitteln. Das ist, wenn das Kult des Dragons sich verabschiedet hat. Das Kult des Dragons, eine verabschiedete Religion. Some believers holden, dass undead Dragons will inherit the world. Others worship the dragon goddess Tiamat and intend to summon her to Faerun. Okay. Eine Drachengötte nach Faerun beschwören klingt nach einer schlechten Idee. Sind wir ehrlich. Man hat sie mich schlechten Idee. Der Großvater hat einen Knaben die Verantwortung überlassen. Das ist sicher nicht gut ausgegangen. Nicken und Würse seine Geschichte fortsetzen lassen. Ich will sagen, gar nicht. Ja doch, also das lasse ich zu. Das habe ich aber Schattenherz auch gemacht. Warum soll ich der Würde nicht lassen? Die hat fünf? Dafür ist ein ganz schön beschissener Hexenmeister. Für die Power. Sie read the terms while two devils stood witness and I said yes. One soul for one city. Das ist auch eine der Archdevils. Oh, Tiamat ist... Ah. Oh. Das ist ein guter Hinweis. Dankeschön. Er hat sie nicht. Das ist ein guter Hinweis. aber sariel ist das aber mehr wurscht ich habe es allein mit 25 kultisten aufgenommen kaum zu glauben das ist nicht warum das also bis jetzt habe ich noch nichts gefunden warum mizora gesagt hat hey frag ihn mal wie er dazu gekommen ist ein hexenmeister zu sein irgendwie habe ich nicht das gefühl dass das schlimm ist ihr habt dabei euer auge von nun beim kampf gegen den drachenkultisten die eine narbe das geschah mit ihrem vater das war so so war das die reise von ravengard nach elf gar nicht die reise bei der ältere dann nach avernus gezogen wurde ältere war nicht immer schon ich dachte ältere wird die hauptstadt von avernus hat der fack zumindest habe ich das so verstanden die ganze zeit wenn die mal von ältere gesprochen haben die auch von avernus gesprochen also hier carlach hat auch häufiger von ältere gesprochen ältere war man auch fair rune aber das ist doch wahrscheinlich länger her als alle diese charaktere die hier leben bis auf ein paar von den untoten also dieses diese bewegung also habe ich so verstanden aber er ist einfach nur gereist er ist er war er wurde nicht nach avernus runtergezogen wir kommen später ich will jetzt nicht sagen dass er zapfer war das ist sie haben gerade nach avernus ziehen wollten ding es geht um ball das tor wait a second ravengarde wo werden sie in ravengarde ist doch nur der ravengarde ist doch der der vater ist doch der lord von ravengarde also hier hat ravengarde wo werden sie ihn hinbringen ist ja sein vater gottash mizora meinte meine seele würde nicht aufgehend auch weil sie ravengarde nach avernus ziehen wollten sagst du mir jetzt lore hinter dem spiel hintergrund des spiel oder hintergrund von die in die achso aber ravengarde war noch nie thema ich habe keine ahnung was ravengarde ist wie groß die stadt ist ich habe keine vorstellung von ravengarde oder ravengarde ich glaube im deutsch wäre es wahrscheinlich ravengarde wenn man es wirklich auf deutsch übersetzt ich will ihm also es war schon irgendwie tapfer weil dann sind halt weniger leute gestorben ich sage es ihm trotzdem ravengarde ist der duke und vater von will und gleichzeitig der vorsteher von baldos tor aktuell glaube ich oder zumindest hat er eine machtposition in baldos tor wahrscheinlich weil sich dort die dukes treffen der umliegenden ländereien oder sowas ich verstehe ich verstehe nein, niemals er hat das einzige was er konnte in seinen Augen habe ich einen leute in unsere Beine ich war ein Fühl am besten ein Traitor am besten und Grand Duke Ravengarde nicht zufrieden warte, 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 warte jetzt ist irgendwas schief gegangen ihr müsst so wütend gewesen, als euer Vater aus der Stadt verbannt hat da stand bei mir weiter und vor allem habe ich gesagt, wir kommen später auf das Thema zurück und plötzlich reden wir wieder über das Thema ihr seid zu nasig, an eurer Stelle hätte ich ihm nie vergeben ich kann es ihm nicht übel nehmen, aber es sei denn, ihr hättet euch jederzeit Hörner wachsen können es wird getömmert, wenn er wechselt, hat er euch einen Gefallen erwiesen fehlt euch euer Vater aber wenn dein Pakt jetzt endet, bist du doch kein Hexenmeister mehr ok das Thema ist wohl irgendwie also ich habe alles mitgekriegt, aber es ist irgendwie ein bisschen durcheinander gekommen aber Athenia ist auch hier hallo du gehst wieder, ich hoffe, dass du mich kriegst, dass du hier warst gut ich glaube, jetzt haben wir uns ziemlich mit allen geredet und können dann wahrscheinlich ach ne, mit Laser nicht hallo Laser, warum bist du in Kampfhaltung? mit wem wirst du dich anlegen? Shadowheart war kein wahrer Kind von Shah nur ein Kaptiv sie muss ihre Vengeance haben sie muss sich rächen, wir müssen uns noch eine Junkigrippe um ihre Bedürfung zu kümmern ist das ein Problem ja, wir kommen doch bald dahin meine Leute wenn ihr keinen Sinn habt, dann werdet ihr euch folgen ihr könnt eure Optionen setzten wunderschöne, dass Laiselle alleine für den Krasch sie könnte zu der Kurs es wäre vernünftig, wenn ich euch die Kehle aufschlüsse dafür, dass ihr euch widersetzt ihr bleibt bei mir wir haben die Festung der Absoluten erreicht das sind unsere Antworten mitverstand habe ich auf jeden Fall wir schüchtern sie mal ein das finde ich witzig so ein Halbling, der eine Junkie Kriegspriesterin einschüchtert ich schüchtern und Laiselle von Kaleer ich schüchtern wie ungewöhnlich wie ungewöhnlich du bläst deine Teile und sprachst dein Venom ein Gefahr, um zu schützen sehr gut wir schauen, was diese Moonrise illuminiert das hätte ich glaube ich irgendwie zwei lange Rasten eher machen sollen aber whatever bei uns ist hier mit niemandem zu sprechen dann würde ich jetzt mal sagen ihr macht mal die lange Rast lange Rast das Auto aus dem funktioniert inzwischen auch so was geht ab mein whole life und ich war gullible genug um es zu glauben es passiert meine parents sind leben und ich sie sie save sie ist richtig aus wie so eine kriegerprinzessin voll geil was auch immer ihr tun müsst ich werde eurer seite sein darf ich vorbringen dass scha vielleicht ihre gründe hatte ihr wart gezwungen in lüge zu leben wenigstens zeigt die wahrheit sich allmählich ja dafür nicht dafür jetzt sollte ich mir sorgen machen das wäre für yourself sind noch just leave it with me okay na gut so als vögel ist das noch nicht ist da noch nicht der part erst die beziehung danach hier ist gut man hey 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 moment ich muss tiere wieso wir kratzer mit mir reden kratzer hallo was ist denn der kratzer tadellose netzlande ich habe das gefühl wenn du ein streiches bringt dir irgendwas das ist ja voll gut okay tadellose netzlande nice we got it from my mama oder so dieser ist hier drüben muss stehen hier drüben wenn es geht ab bei euch bei karlach begann friend i have a darling to adore solltet euch dauerhaft im lager anschließen wir können gemeinsam das böse bekämpfen okay die aber die will ich gar nicht wenn dann will ich es aber haben okay ich lasse ich in ruhe so jetzt würde ich sagen wir gehen nach act 3 nämlich da lang folge der straße westwärts nach baldos tor ist schwierig an und like ja also vor allen dingen selbst wir müssen erst dann die mitte nach norden müssen wir jetzt selbst ihre partnerin realisiert dass sie eigentlich erst mal ein bisschen ruhe braucht ein bisschen entspannung und ein bisschen runter kommen muss aber ich fürchte wir werden sie nicht dazu überzeugen können das zu tun das ist so ein bisschen der knackpunkt was man hier schon links ich glaube ich er hat mich hoch gehen müssen glaube ich Falsch abgebogen Nix mit Kindern und Göttern zu tun haben Bin ich falsch abgebogen? Ich bin sehr falsch abgebogen Ups Müssen wir runter Heute Kommando zurück Kommando zurück Bin falsch gelaufen Wie lang müssen wir die Straße lang? Du 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 Die Schattenflucht wird bald vergesst Dank an uns Wir haben den Schattenfluch besiegt Glaub ich Ist ja auch eine Armee Hier nach Baldurs Tor Ist ja auch eine Armee durchgekommen Abenteuer geht weiter Du solltest dich vergerissen Dass alles alle dicht hast Sobald du den nächsten Schritt Achso Moment Haben wir Nesserstein Nesserstein Verbündete versammelt Die Geschichte von Prinz Orpheus auf Rette den Großherzog Hälfte im Geist Amulett Stimmt das sollten wir noch Dahin bringen So das Nachtlied Was der Magier In Baldurs Tor mit ihr vorhat In dem Mall Wir haben Catherick besiegt Und sahen Nach Nautilienflut Nach Baldurs Tor Frechen Wenn Mol nicht in den Türmen In dem Mondausgang Aufzug könnte Mit einem Nautilien entkommen Sein Und in die Stadt Schafft haben Oh Magier von Tiefwasser Ein mächtiges Altesen Gehe War zu weit entfernt Um die Kugel Der Türen Ah Okay Dadurch Jankie Kriegerin Haben Catherick Form besiegt Absolut bleibt eine Gefahr Wir sollten nach Baldurs Tor Reisen Altesen Gehirn eliminieren Alle großen Tiden Die Pflicht Das geht Jankie Kriegerin Bedeuten Und die Erfüllung Oh Hafnerin Der Gruppe zugestoßen Wir sollten bald das Tor Aufbrechen Um dort ihre Kontakte zu treffen Der Großherzog Tochter der Dunkelheit Die Rettet Sondern entführt Und indoktriniert Ihre Eltern leben immer noch In Geschenkenschaft Bei den Schariten Das frühere Boss Die Vertraute ihm Okay Wir haben glaube ich Nichts mehr Was wir hier erledigen müssen Yes Weiter Jetzt ist Akt 3 Jetzt stimmt der Titel Der Kurs hat geöffnet Die Lands hat von Schatten Die Kreative Die Reine der lebenden Tod ist vorbei Deine Kurs hat geöffnet Und in dir ist es Du bist Sie haben triumphiert Das ist ja cool Wie die Pflanzen Wachsen Weil der Schatten flog Vernichtet wurde Die Kurs Die Kurs Die Kurs Die Kurs Die Kurs Ich dachte nur Die ganze Zeit Wir sind unter Targa Wir sind dann doch Auf der Oberfläche Das habe ich nicht so verstanden Weil wir immer nach unten gegangen sind Um hier anzukommen Unter die Goblins Sachen Und sowas Dachte ich Gefühlt Aber Natürlich verpeilt Deutsche Orientierung Wir sind dann irgendwie Nur durch den Tunnel Glaub ich Oder durch den Berg Um hier anzukommen In irgendein Tal Ein besonderes Das ergibt deutlich mehr Sinn Da gibt es auch mehr Sinn Warum es hier einen Himmel gibt Und einen Mond Und so ein Shit Das ist eine Hafnerin Was macht die bei dem Ach ne das ist eine von der Flaming Fist Was macht die bei dem The fuck Das wäre schon gedacht Ah sie ist die Ah sie ist die Die mögen sie anscheinlich nicht so sehr Die mögen sie anscheinlich nicht so sehr Würde ich mal sagen Würde ich mal sagen Das ist mehr so eine Zweckallianz Ne Die heute und irgendwie heute nacht Jetzt ist die Frage Ist das wirklich zeitkritisch Dass wir da zuerst hingehen Obwohl wir das als Charakter nicht wissen würden So mal ehrlich Oh hallo Ich will euch gar nicht stören Tschüss Ist das nicht voll unpraktisch In der Rüstung zu kuscheln Vor allem mit Helm Ach ja alle anderen auch nicht Welche Idee bin ich denn jetzt gekommen? Beyond the campsite The city waits in uneasy silence One sleep away Nice Voreshadowing Das ist cool Das ist unsere aktuelle Truppe genau Die da steht So Akt 3 Offiziell Akt 3 Jetzt muss ich wieder runterklettern Die ganze Scheiße Das ist ja aber mein Lager Das wir hier haben Jetzt hab die Ruinen niemand benutzt Immer noch Kann auch noch mit Tieren sprechen Hab die Gedanken Yankee Gedanken Barriere Ich rieche mir an, dass hier nichts sinnvolles drin ist Kann ich wieder mit allen reden Dinge, die ich nie gemacht habe Ich glaube, wir nehmen lieber sie mit statt Astarion Ich habe eine Frage Ich habe nur nicht erwartet, meine Antworten zu riemen Stimmt es, dass ihr schon einmal gegen die Toten drei gekämpft habt Es war Baal allein, die wir in unserer Zeit Wir hatten in unserer Zeit Und, wie schlecht wie das war Er hatte kein älteres Gehirn für ein Laptop dann Hilfe wird nicht von den historischen Büchern Oder von allen alten Geschichten, die ich dir spinne Das ist deine Geschichte, um zu schreiben Da Ich habe meinen Rolle als dein weiser und weiser Sie hat auf Sie hat sehr viel Charakter Und auch sehr viel Was fragt du so eine dumme Sache Das ist völlig Ihr seid nur eines dieser Dinge Weise, Greise, ältere Mentoren So alt seid ihr nun auch wieder nicht, oder? Ich habe genug Jahre lang dass Countingham eine Waste, was bleibt Was ist zu sagen Ja Ich bin Okay, ich mag sie auch Ja Es geht Wir wissen Was über die Identität Oh Du hast überlebt Ich fühlte, wie sie denken Sie sahen Die Welt, wie sie tun Sie sahen Fäule, unnaturale Kreaturen, die finden die Fäulheit in uns und gewöhnt zu ihrer Willen Sie sind Es ist ein Predator Und wenn es frei ist, dann findest du es noch immer hat Teile Hm Let's go Let's go Hallo Uh Das klingt mehr debonair in meinem Kopf Ich versuche Du brauchst etwas Möchtest du etwas? Natürlich Musst du nicht Es muss ein Akt 3 sowieso rumswitchen Jaja Also, aber erster will ich es so lassen, glaube ich Weil die wichtigsten Leute, denke ich, habe ich aktuell den ich zuerst noch mache Du bist in der Dunkelheit gegründet. Deine Wahrheit ist endlich, Shadowheart. Du kannst die Lichter folgen, oder du kannst zurück in die Nacht. Die Wahrheit ist endlich. Shadowheart kann die Lichter folgen, oder sie kann zurück in die Nacht. Ich höre. Es ist vorbei, wo ich mich interessiert bin. Es ist durch Konflikt, dass wir unsere Bedingungen stärken. Aber ich empfehle nicht, Shadowheart es wieder zu suchen. Die nächste Resolution kann nicht in ihrer Vorstellung enden. Okay. Das reicht mir. Was ist an Ihrer Meinung? Hey, Soldat! Ich mag es nämlich eigentlich. Hör, ich gehe nie zurück. Wenn du sagst, ich könnte jetzt sterben oder 1.000 Jahre in der Haus, Stimmt, haben wir schon mal. Ich will jetzt raus, mit meiner Freiheit enttakt. Ich erwarte nicht, dass niemand das verstehen kann. Aber ich habe eine Hand gebeten, dass die meisten Leute nicht mehr zu beteiligen müssen. Das bedeutet viel zu mir. Das bedeutet viel zu mir. Und du bist der Beste der Beste. Der Beste. Der Beste. Und ich mag Karlach. Ich mag Karlach sehr. So, was geht denn bei euch ab? Ist das jetzt auch mit ihrem Lager am Chillen? Jetzt sieht man zuerst mit Isobel, bevor sie schief geht. Aber wir brauchen ein bisschen Reste, wenn ich nicht. Wir können gemeinsam das Böse bekämpfen. Was ich nicht über euch weiß. Würde eure Mutter uns im Kampf achten? Das haben wir schon gefragt. Wieso nicht dauerhaft? Unsere Gedanken sind so ein, mein Freund. Du musst die Schöpfung von Bane und Bar. Ich werde meinen Teil machen, um sie zu lassen zu sehen. Ich fühle mich eine Verbindung zwischen uns. Und ich denke, Astarren wäre auch gut, in Baldurs Tod dabei zu haben. Du könntest ein bisschen naiv in den Weg der Welt sein, aber ich sehe eine Verbindung in dir. Ambition. Uh, dankeschön. Was meint ihr mit naiv? Ich dachte nur, dass du... ...häufiger als du auf jeden Fall. Du möchtest mit Freunden. Also ich dachte, was wäre das richtige Ding zu tun, wenn wir nach Moonrise-Towers kommen? Wenn wir face-to-face mit jemandem kontrolliert die Parasite in unserem Kopf kommen. Das ist irgendwie ein falscher Dialog. Der hätte viel eher kommen müssen. Wir sind ja schon bei Moonrise-Towers vorbei. Wir sind nicht erwachsen... Was erwachsen, sondern nur älter gewordene Kind. So ein bisschen. In kurzer Stunde das Übel für immer ausmerzen. Ich werde in Wurm loswerden. Das ist die obviere Option, ja. Aber die Alternativen. Ach. Bullshit. Wie viele Menschen haben die Mine Flayer infekted? Hunderten? Tausende? Tausende? Und sie sind nicht nur Goblin-Träsch. Es sind... ...powerful Leute... ...in der Wurm's Trommel. Whoever's waiting for us at Moonrise-Towers, kontrolliert es alles. Aber wenn wir diese Kontrolle von ihnen nehmen können, imagine die Macht, die wir haben. Das ist nur das Ding. Wenn wir die Parasite kontrollieren, dann können wir sie nicht verändern, um uns zu verändern. All die Macht, wir sind die Nase der Tendern. Bin ich immer noch nicht überzeugt. Ich sage nur, es gibt eine Möglichkeit hier. Wenn wir die Tendern kontrollieren können, können wir uns selbst sicher und... ...liberieren die Welt... Ich verstehe deinen Ansatz, Astarion, aber... Ich sage mal, ich werde darüber nachdenken. Ich bin ein Manipulierer. Es ist nicht oft, dass das Universum dir etwas wie das handelt. Wir würden es schuldigen, um es zu spüren. Natürlich, das ist alles, dass wir lange genug leben, um diesen ... ... zu finden, ... Aber ich fühle mich optimistisch. Also... Okay, so, ähm, Gay hat doch gerade noch ein Ausrufezeichen. Warum hat er jetzt kein Ausrufezeichen mehr? Hä? Der Absolut sollte ein Ding des Vergangenes sein. Und ich bin mit ihm. Und zwar am Risiko der wunderschönen Fervor. Ich bin glücklich, dass es nicht dazu gekommen ist. Given, was zu Licht gekommen ist. Ähm... ... ... ... ... ... ... so ist er dazu gekommen so ist er zu seinem hochgekommen es könnte ihn irgendwie retten oder oder heilen oder sowas warum ist die krone ihr hättet euch eben beinahe umgebracht ich habe ja nicht dabei gehabt warum ist die krone so wichtig sitzt an einer gargantuen elder brain das ist schon so ein fischer um des vorschuss willen als luck wird haben wir uns bald an einer der feinsten buchkollektion dieser kandlerkrieg. 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 ich muss da gehen und lerne was ich kann. warum sollten wir einen baldurischen zauberladen zuerst aufsuchen ha, sorcerer's sandries is no mere trading post. it's been serving the arcane community for centuries. their collection of rare tomes is unparalleled. nethery's texts are hardly commonplace, but i'm certain they'll have one or two stashed away. you'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water this could be the answer to all our problems. ok, ich glaube das war schon das gespräch. ich freue mich auf unsere konversation. was du brauchst? schadefühle wahrheiten wurden aufs shadowheart. ich glaube, sie ist stark genug um zu enden. aber ihre weg wird leichter mit unserem support. bin ich ehrlich? äh, so'n, so'n ein druiden im baldos tor sehe ich nicht. kann ich überall noch hingehen? hier oben ist nix. hier kann ich zwar hingehen, aber hier ist glaube ich nix. was hier in der hütte? noch nie in einer party? ach so, hier ist lazarus. hallo lazarus. sagst du dazu, was wir jetzt hier sind? ne, danke. den hatte ich noch nie in der party als einzigen charakter. der hat bestimmt auch coole momente und interaktionen, die du wahrscheinlich nur kriegst, wenn du halt mitnimmst. so, ich würde aber bei meiner party bleiben, glaube ich erstmal. wir sehen uns in der nächsten folge. ähm, und dann gehen wir nach baldos tor. im. 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 im.